Ja, Leute! Jetzt geht's weiter. Oh, hört ihr diese Geräusche? Die hören sich nicht gut an. Wir haben jetzt hier irgendwas gemacht. Haben wir jetzt den Strom eingeschaltet? Nee. Gar nichts gemacht hier, ne? Den Typen haben wir weggemacht. Knick knack. Sind überall so Stromäumels, aber... Ach ja, und wir haben dieses... Ach ja, genau, wir haben dieses Teil gekriegt. Warum bin ich der Meinung, dass wir hier überhaupt nicht weiterkommen? Dass wir sofort wieder angegriffen werden, wenn wir versuchen, hier irgendwas einzusetzen? Warte mal ab. Wisst ihr, wir haben ja alles geräumt, ne? Sauber gemacht, ne? Und die werden jetzt alle wieder da sein. Ach, guck mal, hier ist noch eine Kiste. Haben die gesehen. Sehr schön. Moment, war ich hier überhaupt schon? Hier war ich doch noch gar nicht. Toll. Da gibt's ja mir ein bisschen Geld. War ich hier schon? Doch. Klar war ich hier schon. Aber da bräuchten die hier. Alter Fall. Jetzt rennt hier ein bekanntes Gefilde. Wollen wir mal wetten? Jetzt rums das hier gleich. Spätestens wenn ich das Ding aufgesetzt habe. 100 pro. 100 pro. Wo kam das nochmal rein? Ich muss mal eben gucken. Äh, was war denn hier unten? Äh, ne. Da will ich aber nicht runter. Ach, guck mal, jetzt auch noch eine Kiste. Machen wir die auch noch kaputt. Scharfschützenbund. Nehmen wir mal mit. Ach so. Sind wir hier hochgekommen. Ach, Leute. Wo war denn jetzt das Ding an? Jetzt müssen wir erstmal wieder überlegen. Ja. Hier ist kein Strom drin. Müssen wir mal wieder zurück. Irgendwo war das so ein Teil. Ah, hier nicht. Hier war... Hä? Jetzt komme ich hier echt durcheinander, ne? Gibt's ja gar nicht. Könnten wir eigentlich auch hier runterspringen, ne? Könnten wir tun. Hört ihr das? Jetzt... Jetzt sind wir ja hier. Hätten wir mal runterspringen können. Ja, und hier muss da irgendwo so ein Teil eingesetzt werden. Dieses komische Ding da. Hier. Hier. Okay. Ähm... Das ist da. Ähm... Warum? Ach so. Jetzt wird gegossen. Okay. Ja, cool. Ein Pferderelief. Na toll. Danke. Toll. Jetzt habe ich ein Pferderelief. Kann ich mir das angucken? Äh... Warte mal. Guck ich mir mal an, ne? Dann weiß er nicht. Ah! Leute! Das sagt mir was. Hm. Das sagt mir was. Hilft mir mal. Verdammt! Ein Pferderelief. Haben wir doch gesehen irgendwo so ein Teil. Oh. Da 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 da. War ganz am Anfang in der Fabrik, ne? Oder? Oh. 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 Pferderelief. Oh. Oh. Wo wandert das? Meine Güte. Ein paar Folgen dahinter. Und wir wissen schon... Oh Gott. Muss aber auch dazu sagen... Das ist ja auch sehr bedrohlich hier, ne? Pferderelief. Oh. Kann ich hier irgendwie runter nochmal? Aha. Äh. Warum will ich da runter? Will ich... Will ich da überhaupt runter? Ich will doch gar nicht da runter, ne? Ach, hier war das. Genau. Da mussten wir hier durch. Ach ja. Genau. Hier war das. Ja. 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 Aber... Hier war nix mit Pferderelief. Das war bei dem Typen, ne? Ey. 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 Soll ich jetzt echt wieder zu dem Typen rennen? Kann jetzt nicht euer Ernst sein. Oh. Hier nicht noch mehr in. Was soll ich drin? Warum nicht mal hier ein bisschen rumsuchen Kann ja nicht schaden Es fühlen viele Wege nach Flom Die Frage ist nur, wo sie hergekommen Oh Gott Hier? Nein, hier auch nicht Hier Irgendwo sind wir doch rausgefallen Da oben Ich glaube nicht, dass wir hier nochmal irgendwo raufkommen Sind wir da rausgefallen Hm, also zurück kommen wir nicht mehr Glaube ich Ich glaube, das war ein One-Way-Weg Ein Einweg Ne, da geht es nicht mehr zurück Aber hier geht es doch nochmal Ach guck mal Warte mal, hier geht es auch nochmal irgendwo hin Immer gucken, ne? Solange kein Ruhr kommt Eine sich ständig verändernde Umgebung Das wär's doch Das wär's doch wirklich So Aber wo war das mit dem Relief? Das war doch am Anfang Bei dem War das bei dem Typen da Mit der komischen Motorsäge Ich hab keine Ahnung mehr Ich hab sowieso das Gefühl Wir müssen dann immer zweimal da rein oder so So Dann gucken wir mal Also hier ist nichts Was? Was? Ist der dicke, ne? Ist der Schlumski, ist der da? Hm Gucken wir nochmal hier rein Ob hier nochmal was war Aber hier war das auch nicht, ne? Ja, hier ist das mit der Kugel Das möchte ich auch gerne nochmal machen Mit der Kugel Das war cool Aber die müssen wir erstmal finden und kriegen Naja, egal Obwohl egal ist 88, ne? Weil Wir müssen ja den Strom einschalten Hahaha Und hier ist nichts zum Einschalten Wenn ich das so richtig Im Vorbeigehen gemerkt habe Hier auch nicht Nein Hier auch nicht Nein Dann Was machen wir? Wir springen jetzt mal hier runter Können wir das? Ne, können wir gar nicht Ach, verdammt Ne, können wir gar nicht Ich hab gedacht Man könnte hier so Ne? Ihr wisst schon So runterhüppeln Ach, Pfeifen klappt auch nie mehr Geil Ähm Ja Wir gucken mal Hier war auch nichts Warte mal Hier ist ein Schalter Power Generator Ja, bitte Gib mir deinen Saft Ich geb dir meinen Hallo? Hier sind doch überall Power Generatoren Warum nicht Nein Er will nur Einen bestimmten Saft So, hier können wir was bauen Da kommen wir nicht rein Ja W-w-w-w-w-w Klingt ja schon wieder gut an, Leute Hier ist eine Kurbel Hier ist ein Eumel Ja, und jetzt? Rätsel über Rätsel Also wenn das jetzt hier nicht so verrätselt wäre Dann würde ich ja sagen Okay, wir machen nochmal eben fertig Aber Wir kommen da jetzt gar nicht mehr zurück Mit dem Relief Guck mal eben auf die Karte Äh, da ist Äh Ach Du willst mich verarschen In der Gießerei ist die Wandvertiefung Oh Mann, ey, Leute Aber da Da liegt noch was Leute Das kann nicht euer Ernst sein In der Gießerei liegt die Wandvertiefung Hä Ist aber hier auch alles verschnuckelt, ne? Weil die Türen auch so komisch aussehen So, hier kommen wir jetzt nicht rein Dann gehe ich jetzt in die Gießerei Verdammt, ey So Da ist die Gießerei Und hier soll die Wandvertiefung sein? Jo Oh Mann, ey Leute Bitte Ist nicht euer Ernst, ne? Oh Oh Hallo Hallo Ey, ich hab Hallo gesagt Ey Ich hab Hallo gesagt Ich war freundlich zu dir, du Bleib liegen Los Mann, ey Ich hab Hallo gesagt Äh Ist das da unten? Okay Irgendwelche Turbinen Äh Nochmal was? Was müssen wir denn da jetzt machen? Ach, ein Schlüssel Ein Pferdeschlüssel Ich glaub nicht, dass wir den benutzen können Toll Toll Ein Pferdeschlüssel Aber wir können ja auch mal hier reingucken Wir haben Haben wir Haben wir Haben wir Weitere 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 Warte mal Können wir die vielleicht einmal durchladen? Zack Okay Haben wir Haben wir schon wieder Platz Aber Wir haben keinen Pferdeschlüssel Was ist denn jetzt hier wieder? Toll Hier geht's runter Hier geht's runter Hört sich nicht gut an Scharfschützen Ich krieg viel zu viel Scharfschützen Mondfreunde Hört ihr das? Oh Gefährlich Aua Alter Das ist aber nicht nett gewesen hier Aua Tschüss Bleib liegen Oh Bleib liegen Habe ich gesagt Alter Ist klar Ist klar Ich werde hier gematschelt Geh doch mal weiter Ja Es kann doch nicht sein Weißt du Ich werde gematschelt Aber die anderen nicht So Gematschelt Ja Eigentlich Guck mal wie schnell das Ding sich dreht Ja Ist klar Und wieder kriege ich einen auf den Deckel Ja Gesundheit wieder herstellen Komm her Guck mal eben hier um Hier liegt doch bestimmt wieder was rum So So Haben wir auch Ja 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 Und Verdammt Ich krieg immer einen auf den Deckel hier Vielleicht muss ich mich so Aber dann kann ich mich schnell bewegen Hallo Kommt mal hier Kommt mal Hier gibt es was umsonst Ehrlich Könnt ihr mir glauben Komm mal hier Neckes Fleisch Komm noch mal Ja Komm Alles gut Hehehe Aua Schon wieder Ey Immer ich Ey Weil es so schön ist Hier ist ja noch einer Ne Aho Der hat uns diesmal nicht gekriegt Oh ne leider Okay Ich fühle mich ja fast ganz stark Wandrelief Nicht so viel Zeugs Warte mal Juhu Ähm Flintenmon Pistolenmon Scharfschützenmon Mehr geht nicht Äh Ich würde sagen Das ist wichtig Das ist vielleicht nochmal wichtig Und das ist auch wichtig Okay Pistolenmon Ist auch wichtig Ja Können wir doch mal nachladen Ne So Freunde Jetzt geht es hier weiter Da geht es jetzt rein Aber das machen wir in der nächsten Folge Bis dahin erstmal Ciao Ciao